Bei Start griffst du auch viele interessante junge Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationserfahrungen. Hello, mein Name ist Remy und meine Mutter ist Engländerin. Merhaba, mein Name ist Mullah und meine Eltern kommen aus der Türkei. Assalamu alaikum, mein Name ist Asma, ich bin in Syrien geboren. Ich bin aus Afghanistan. Hi, ich bin immer noch Heinz. Meine Eltern kommen aus Angola, aber interessanter als die Frage, woher du kommst, ist für uns bei Start, wohin du in deinem Leben wählen willst. Von Start bekommst du eine Warenkarte 25, weil du während deiner Stipendienzeit viel reisen wirst. Denn die Workshops und Seminare finden in ganz Deutschland statt, zum Beispiel in München, Hamburg oder Berlin. Von Start erhältst du jährlich 1000 Euro Bildungsgeld. Das kannst du für so ziemlich alles ausgeben, was dich weiterbildet. Oder dich in deiner Entwicklung vorantreiben. Und als wäre das nicht genug. Gibt es für jeden Stipendiaten noch ein formschönes, hypermodernes, leistungsstarkes Notebook noch dazu. For free. Aber wenn du dich nur wegen des Notebooks für Start interessierst, dann lass es lieber. Schauen wir doch mal, was der Chef dazu sagt. Michael, wer soll sich eigentlich bei Start bewerben? Und warum? Kurz gesagt, wir suchen Schülerinnen und Schüler mit Migrationserfahrung, die etwas bewegen wollen, die Bock darauf haben, zusammen mit anderen ihre eigenen Ideen auf die Straße zu bringen, die sich weiterentwickeln wollen, die etwas lernen wollen. Wir wollen zeigen, dass man die Gesellschaft positiv verändern und Spaß dabei haben kann. Deshalb haben wir ein dreijähriges, schulbegleitendes Stipendienprogramm. Ja, danke, Michael. Ab hier übernehme wieder ich. Wirklich kurz gesagt, du wirst viel erleben. Du wirst spannende Leute kennenlernen und gemeinsame Erfahrungen machen in spannenden Seminaren wie der Erlebniswoche am Ruppiner See und als großes Finale die Abschlussveranstaltung in Berlin. So, jetzt, wo du alles über Start weißt, worauf wartest du eigentlich noch? Bewirb dich jetzt auf www.start-bewerbung.de. Denn gemeinsam sind wir ... gemeinsam sind wir ... Start! Bis zum nächsten Mal.